Entdecken Sie die Welt der Android-Programmierung Film für Film. Ich bin Sebastian Witt und ich zeige Ihnen in diesem Videotraining den Weg zur eigenen Android-App. Als einer der Mitbegründer der Koordinaten GmbH entwickle ich Apps für das Web und mobile Geräte. Daher ist der Androide mein täglicher Begleiter. Und in diesem Lernkurs mache ich auch Sie fit für die Entwicklung einer eigenen Android-App. Los geht's erst einmal damit, dass wir unseren Arbeitsplatz vorbereiten. Alle Apps programmieren wir in Android Studio, das uns eine ganze Reihe an nützlichen Entwicklerwerkzeugen bereitstellt. Außerdem zeige ich Ihnen, wo Sie Java-Befehle nachschlagen können und wie Sie schnell die Lösung zu ganz speziellen Aufgabenstellungen finden. So gerüstet wird der Einstieg in die App-Programmierung zum Kinderspiel und schon bald können Sie Ihre App live auf dem Smartphone bewundern. Und dann geht es richtig los. Sie lernen, wie Sie Sensoren steuern, die Kamera aus der App heraus auslösen, eine benutzerfreundliche Navigation entwickeln und Ihre App mit einem modernen Layout ausstatten, ganz im Sinne von Googles Material Design. Natürlich zeige ich Ihnen auch, wie Sie Ihre App bei Google Play veröffentlichen und für verschiedene Geräte optimieren. Dieses Training bietet alles, was Sie für den Einstieg in die Android-Programmierung benötigen. Nur Ihren Computer und etwas Java-Grundkenntnisse, die sollten Sie noch beisteuern. Lassen Sie uns gleich loslegen. Let's code Android!